Hallo und herzlich willkommen in meinem YouTube-Kanal Real Data Hero zur Präsentation, Einführung und Erläuterung meiner Analysen und Grafiken zu öffentlichen Daten rund um die Covid-19-Erkrankung, die ich in meinem Telegram-Kanal zum Download zur Verfügung stelle. In diesem Video soll es um die rationale Bearbeitung kontroverser Debatten gehen, wie sie uns in den Medien seit über einem Jahr immer wieder begegnen. Der Journalist und Moderator Markus Lanz lädt in der nach ihm benannten Sendereihe im ZDF regelmäßig Politiker und Experten verschiedener Fachgebiete zu Gesprächen über Themen rund um Corona ein, wobei es oft auch zu hitzig geführten Debatten kommt. Auch in der Sendung vom 13. Juli unter der Überschrift »Ist Deutschland zu vorsichtig in der Pandemie?« mit der ehemaligen Vorsitzenden der Partei »Die Linke«, Sarah Wagenknecht, der Virologin Prof. Helga Rübsamen-Chef, der Ethikerin Prof. Elena Buix und der Journalistin Anja Meyer kam es zu kontroversen Auseinandersetzungen. Hören wir uns zunächst einen Ausschnitt aus der Diskussion ab Minute 14.20 aus dem Mitschnitt dieser Sendung an. Um den Gesprächsverlauf einigermaßen verfolgen zu können, habe ich die Wortbeiträge der Protagonisten hier dargestellt. Und am Ende hatten wir eine dritte Welle, aber sie war nicht ansatzweise so, wie sie uns prognostiziert wurde. Und das haben wir immer wieder gehabt. Wir haben auch was gemacht. Es wurde auch reagiert. Aber da sind doch die Zahlen schon runtergegangen. Es sind 90.000 Menschen gestorben in diesem Land. Also das finde ich jetzt auch sehr... Erstens sind da 30.000 Menschen gestorben in dieser Welle. Das ist nun wirklich in die Nix. Nur in dieser Welle, ne? Hohe Übersterblichkeit. Insgesamt 91. Hohe Übersterblichkeit. Das war aber nicht die dritte Welle. Also im Frühjahr sind in Deutschland weniger Menschen außer im Januar. Die zweite Welle war schlimm. Die zweite Welle war dramatisch und die hat sich vor allem in den Pflegeheimen dramatisch ausgetobt. Da finde ich aber, da hätte man viel mehr tun müssen, um die Pflegeheime zu schützen. Also das hatte ja was mit Pflegemangel. Mit solchen Diskussionen, die in der Regel nicht zu einer gemeinsamen Bewertung gelangen, sehen sich die Zuschauer seit langem immer wieder konfrontiert. Zusammengefasst wird hier sehr hitzig und kontrovers über die zweite und die dritte Welle gesprochen. Es geht um Übersterblichkeit, wobei nicht ganz verständlich meines Erachtens zwei unterschiedliche Zahlen, nämlich 40.000 und später 30.000 in die Runde geworfen werden. Hinsichtlich der Bewertung besteht ein deutlicher Dissens zwischen den drei hier hauptsächlich beteiligten Damen. Sehen wir uns die schon öfter erörterten Wellen also nochmal ganz genau an. Hier dargestellt sind die gemeldeten Todesfälle, die mit positiven PCR-Tests der Erkrankung Covid-19 zugeordnet wurden. Die erste Welle im Februar 2020 zeigt einen typischen epidemischen Verlauf von der 10. bis zur 23. Kalenderwoche mit einem Maximalwert von 1.621 Toten in Kalenderwoche 16 und insgesamt 8.668 Sterbefällen in diesem Zeitraum. Die sehr viel höhere sogenannte zweite Welle mit einem Spitzenwert von 6.076 Verstorbenen im Januar 2021 ergab von Kalenderwoche 44, 2020 bis 11, 2021 eine Gesamtsterbezahl von 64.632 Toten. Wenn von einer dritten Welle gesprochen werden soll, so könnte man eine erneute Erhebung von Kalenderwoche 12 bis 24 ausmachen mit 15.721 Covid-19 zugeordneten Sterbefällen, die sich unmittelbar an die zweite Welle anschließt. Aber um die Zahlen im Kontext richtig zu verstehen, müssen wir uns das Gesamtsterbegeschehen in diesen Phasen anschauen, denn man stirbt ja nicht nur an Corona. Auf dieser Folie wird es etwas unübersichtlicher, denn vor den farbigen Balken im Hintergrund, die die drei Wellen voneinander abgrenzen, sehen wir davor, rot-braun, die Gesamtzahl der wöchentlich Verstorbenen und im Vordergrund hier in der Skalierung angepasst, die Covid-19 zugeordneten Sterbefälle. Die grauen Felder fassen nun die Zahlen von vier Abschnitten zusammen. Beginnen wir von links nach rechts, wobei ich jeweils den prozentualen Anteil der Verstorbenen mit positivem Test an der Gesamtzahl hervorheben will. Dieser beträgt in der ersten Welle 3,3%. Für den betrachteten Zeitraum von März bis Ende Dezember im Jahr 2020 erhöht sich der Anteil auf 4%. Mehr als verdreifacht hat sich dieser Anteil in der zweiten Welle auf 14,2%, geht dann in der dritten Welle auf 6,6% wieder zurück. Aber aus welcher Quelle stammt die Zahl der Corona-Toten, denn hier gibt es vom RKI zwei unterschiedliche Quellen, nämlich den täglichen Lage- und Situationsbericht, dessen Zahlen auch unsere täglichen Nachrichten bestimmen und mit dreiwöchiger Verzögerung erscheint vom RKI jeweils eine Tabelle, die die Todesfälle nach Sterbedatum erneut veröffentlicht. Hiermit reagiert man offenbar auf Meldeverzüge, wobei auch weitere Nachmeldungen nicht ausgeschlossen werden. Das Zahlenwerk dieser beiden Berichte zeigt das Säulendiagramm für den Tagesbericht und der Linienverlauf für die Meldung nach Sterbedatum. Eine Verschiebung, aber auch Abweichungen der Maximalwerte lassen sich erkennen und in der Summe nur für das Kalenderjahr 2020 ergibt sich eine Differenz von 9.596 Toten, die fast ein Drittel der ursprünglich gemeldeten gesamten Summe ausmacht. Erinnern wir uns an die eingangs präsentierte Gesprächsrunde, waren Zahlen von 30 bzw. 40.000 im Zusammenhang mit Übersterblichkeit genannt worden. Ist aber Covid-19-Sterbegeschehen mit Übersterblichkeit gleichzusetzen? Wir müssen uns also einen Vergleich zum erwarteten Sterbegeschehen erstellen, der sich in stark vereinfachter Form durch Gegenüberstellung mit dem Mittelwert der Vorjahre herleiten lässt, hier als Farbfläche im Vordergrund dargestellt. Wenn wir nun die Differenz der aktuellen Sterbezahlen mit diesen Vorjahresmittelwerten von 2016 bis 2019 in den einzelnen Zeitabschnitten bilden, so zeigt die erste Welle eine doppelt so hohe Differenz verglichen mit der Covid-19 zugeordneten Anzahl. Wer unbedingt Covid-19 für höhere Sterblichkeit verantwortlich machen will, mag den Verdacht äußern, es handele sich um eine hohe Dunkelziffer, die aufgrund zu geringer Testzahlen unentdeckt blieb. Das Gegenargument bezieht sich darauf, dass im ersten Lockdown durch Fortfall von Therapien, medizinischen Routineuntersuchungen, Bewegungsmangel und psychischen Dauerstress durch das aufgebaute Angstszenario es zu zahlreichen Kollateralschäden gekommen sei, die einen zusätzlichen Anteil der Übersterblichkeit ausmachen. In der Jahresbilanz für 2020 steht die Differenz von 45.728 den unterschiedlichen Sterbezahlen von 30 bzw. 40.000 gegenüber. Die dramatische zweite Welle zeigt eine um 1.300 Tote höhere Sterbezahl mit positivem Test als der Differenzbetrag. Diese Verschiebung zu einem Covid-19-Anteil, der über der absoluten numerischen Differenz liegt, steigert sich in der sogenannten dritten Welle auf über 5.600 Tote, die der gemeldete Covid-19-Anteil über der Vorjahresdifferenz liegt. Wenn also bei der ersten Welle über eine Untererfassung von Covid-19-Todesfällen diskutiert wird, deutet sich hier entgegengesetzt eine Übererfassung an. Sollte hier ein Teil des normalen Sterbegeschehens nun als Covid-19 umdeklariert worden sein? Aber in allen Bereichen scheint Covid-19 ja für eine zeitweise Übersterblichkeit verantwortlich zu sein. Alles passt, oder? Wer meine früheren Videos kennt, weiß, dass immer ein Blick auf die Bevölkerungsentwicklung hinzugehört. Im betrachteten Zeitraum der letzten neun Jahre hat die Bevölkerung um 2.838.811 zugenommen und ich konstatiere, dass ein Vergleich der absoluten Sterbezahlen somit unzulässig ist. Wer hier Zweifel hat, für den ein einfacher Zahlenvergleich. Wer die absoluten Zahlen vergleicht, wird feststellen, dass in der größeren Kommune mit 200 Menschen viermal so viele verstarben wie in der kleinen. Aber in welcher Kommune würdet ihr leben wollen? Es muss also der prozentuale Sterbeanteil und nicht die absoluten Sterbezahlen verglichen werden. Dies betrachten wir nun für eine kleinere Altersgruppe von 0 bis 9 Jahren für den gezeigten Zeitraum. Im oberen Drittel finden wir die absoluten Sterbezahlen, in der Mitte die Bevölkerungsanzahl dieser Altersgruppe und im unteren Drittel wird der prozentuale Sterbeanteil berechnet. Liegt der absolute Wert oben noch auf dem fünfthöchsten Rang, ist dagegen der prozentuale Sterbeanteil unten mit 0,041 Prozent, der niedrigste Wert der betrachteten neun Jahre und damit Rang 9. Folglich war 2020 für die jüngste Altersgruppe im Sterbegeschehen das beste Jahr seit 2012. Die Rangfolge insgesamt sehen wir in der untersten Zeile. Um wie viel das Jahr 2020 in dieser Altersgruppe besser war als die Vorjahre, wollen wir gerne als absolute Zahl vergleichen. Um das Bevölkerungswachstum aber auszublenden, muss ich die prozentualen Sterbeanteil nun auf eine gemeinsame Bevölkerungszahl, nämlich die von 2020, umrechnen. Ihr seht in der Mitte, dass nun in allen Jahren die gleiche Bevölkerungszahl eingesetzt wurde. Die Sterbezahlen im oberen Drittel wurden somit entsprechend dem prozentualen Sterbeanteil des jeweiligen Jahres auf die aktuelle Bevölkerung umgerechnet. Bilde ich nun die Differenz zum Mittelwert der Vorjahre, ergibt sich altersbereinigt eine Untersterblichkeit von minus 231. Aber wenn diese Bevölkerungsgruppe um 11,7 Prozent gewachsen ist, ist das Bild in den übrigen Altersgruppen vergleichbar? Mitnichten, ihr seht hier, dass es gegenüber dem starken Wachstum insbesondere der beiden höchsten Altersgruppen auch drei Gruppen mit einem Einwohner Rückgang gibt. Somit betrachten wir nun die besonders von Covid-19 betroffene Altersgruppe der 80- bis 89-Jährigen. Nach demselben Muster wie eben eingetragen, sehen wir im oberen Block einen absoluten Maximalwert, der als Rang 1 zu gewichten ist. Aber ein Bevölkerungswachstum von 1,2 Millionen bedingt im prozentualen Sterbeanteil von 7,63 Prozent den zweiten niedrigsten Rang 8, was sicher ein überraschendes Resultat ist. Veranschaulichen wir die Frage zur Übersterblichkeit dieser Altersgruppe über einen Zwischenschritt. In absoluten Zahlen haben wir im Vergleich zum Vorjahresmittelwert eine Differenz von 48.001, die dieser zählweise als Übersterblichkeit zu Buche schlagen würde. Betrachten wir aber die 1.177.769 Menschen, um die diese Altersgruppe in den neun Jahren angewachsen ist, so ist bei der aktuellen Sterberate von 7,79 Prozent aus dieser zusätzlichen Personenzahl ein Anteil von 91.748 zu erwarten, der wohl vom Sterbegeschehen dieser Altersgruppe ebenfalls betroffen sein wird. Es bleibt also der notwendige Schritt, wiederum alle Sterberaten auf die heutige Bevölkerungszahl zu extrapolieren und so dann die Differenz zu bilden. Diese rutscht von zuvor einem Plus von 48.001 auf ein Minus von minus 22.594. Ich fordere Euch auf, hier noch einmal ganz bewusst innezuhalten und Euch diesen Zusammenhang klarzumachen, denn es handelt sich nicht um Schönrechnerei, sondern denkt zurück an den Vergleich der Kommunen mit 100 bzw. 1000 Personen. Das so ausführlich erläuterte Verfahren will ich nun in der Gesamtbilanz für alle Altersgruppen durchführen. Im oberen Drittel fallen für einige, insbesondere obere Altersgruppen, rote absolute Maximalzahlen, aber auch drei Minimalwerte auf. Im prozentualen Sterbegeschehen gibt es keine Altersgruppe mit einem Spitzenwert im neun-Jahres-Vergleich. Im Gesamtequivalent, das nun alle Altersgruppen entsprechend ihrem Bevölkerungsanteil zu einem prozentualen Gesamtwert auf die aktuelle Bevölkerung altersbereinigt, belegt 2020 den zweitbesten achten Rang. Diese Altersbereinigung ist seit der Einführung durch die WHO seit dem Jahre 2001 verpflichtender Standard. Ihr kennt nun schon die Umrechnung jeder einzelnen Altersgruppe auf die Bevölkerung von 2020 und es ergibt sich numerisch eine Untersterblichkeit von minus 21.412 gegenüber den Vorjahresmittelwerten. Den größten Anteil hieran haben die Bevölkerungsgruppen von 50 bis 59 und von 80 bis 89 Jahren. Wogegen die 70 bis 79-Jährigen und die über 90-Jährigen ein deutliches Plus gegenüber dem Mittelwert zeigen. Aber auch sie liegen nicht auf einem Spitzenrang im Vorjahresvergleich. Wenn wir das Sterbegeschehen von 2020 richtig einordnen wollen, müssen wir es auch im größeren zeitlichen Rahmen betrachten. Hier greifen wir auf die nicht altersbereinigten Sterberaten pro 1.000 der Bevölkerung aus den Jahren von 1970 bis 2020 zurück. Zunächst sind im Vergleich 1970 insgesamt 965.689 Menschen verstorben gegenüber 985.996 im Jahre 2020. Beachtet hierbei, dass 1970 die Bevölkerungszahl über 5 Millionen kleiner war als 2020. Nun mag man wiederum einwerfen, dass damals die Lebenserwartung auch geringer war, aber was gibt uns eigentlich den Anspruch auf eine immer weiter steigende Lebenserwartung? Die Lebensführung, die Arbeitsbedingungen, die Ernährung, sportliche Betätigung oder doch an erster Stelle die Qualität der medizinischen Versorgung? Wer schon die 70er Jahre bewusst erleben durfte, möge sich die Frage stellen, ob er an der medizinischen Versorgung damals etwas auszusetzen hatte. Dass die Sterberaten bis Anfang der 90er Jahre ähnlich hoch lagen wie aktuell, mag niemandem mehr in Erinnerung sein. Und es gab offenbar einen Wendepunkt von immer weiter sinkenden Sterberaten bis 2004, ab wo die Zahlen wieder kontinuierlich anstiegen. Wobei es den Anschein erweckt, als wenn auch dieser nicht altersbereinigte Wert in 2020 letztlich den leicht steigenden Trend fortsetzt. Geschuldet ist der Anstieg der allgemeinen Sterberate letztlich der Veränderung der Alterspyramide zu den hohen Altersgruppen, der sich thematisch ja auch schon einige Zeit in der Rentendiskussion und der Pflegedebatte niederschlägt. Gehen wir hier also nochmals auf die Argumentation von Sarah Wagenknecht ein, die mahnte, man hätte die Pflegeheime schützen und sich unter anderem um den schon lange vorher bestehenden Pflegekräftemangel kümmern müssen. Ich will bei allem Bemühen um rationale Aufarbeitung einige sehr persönliche Gedanken hier einwerfen. Ich weiß, welcher Schock und welche Betroffenheit sich bei jedem einzelnen Sterbefall in den Reihen der Betreuer, aber auch der Bewohner eines Pflegeheims einstellt. Wie deutlich wird allen so in großer Regelmäßigkeit die Endlichkeit des Seins und die Nähe des eigenen Todes bewusst gemacht. Und bei fehlender Alltagsroutine und Ablenkung entsteht schnell eine innere Angst, die oft zu Depression führen kann. Wie sehr verstärkt sich dieser Effekt, wenn auch das professionelle Pflege- und Betreuungsteam selbst ganz um seine Routine beraubt in einen Panikmodus gerät, wie ihn Sarah Wagenknecht gerade in ihrer Stellungnahme kritisch anmahnt. Was müsste getan werden, um hier gegenzusteuern? Gerade in einer solchen Phase von Überforderung werden die zu Betreuenden zweifellos mehr als üblich vor Fernsehern sitzen und beständig mit schlimmsten Corona-Nachrichten geradezu bombardiert worden sein. Jeder, der sich schon einmal intensiver mit den Parametern beschäftigt hat, die ein gut funktionierendes und gesundes Immunsystem ausmachen, weiß, dass Stress und besonders Angst ein großer Risikofaktor für eine Überlastung und damit Fehlreaktionen sind. Ich würde von daher noch einen Schritt weiter als Sarah Wagenknecht gehen und insbesondere die Situation der Bewohner in Augenschein nehmen. Vielleicht müsste man neben professioneller Ausstattung Freizeitprogramm und Betreuung, aber auch andere Modelle als Senioren- und Pflegeheime für die Versorgung im Alter in Augenschein nehmen, als Alternative zu dieser Sammlung alterbedürftiger Menschen in Heimen, die sie in ständigen Kontakt mit dem Lebensende bringt und wichtige Lebenswurzeln und Verbindungen abschneidet. Diesem muss zweifelsohne mit großer Sorgfalt und Professionalität gegengesteuert werden, wobei ich auf die Eigenkompetenz der erfahrenen Teams setzen würde und nicht auf politische Regulierung, die ohne Rückkopplung mit Bewohnern und Pflegeteams nicht nach der Umsetzbarkeit ihrer Maßnahmen und Nutzen oder Schaden zu Fragen bereit ist. An Journalisten, Moderatoren, Virologen und Politiker sei die dringende Bitte gerichtet, den Appell von Sarah Wagenknecht nicht niederzukämpfen, sondern die Regeln einer gepflegten sachlichen Diskussion zu beachten, damit nicht im seit über einem Jahr bestehenden andauernden Panikmodus riesige Bereiche unserer Lebenswirklichkeit völlig außer Beachtung geraten und uns die Konsequenzen umso mehr einholen werden, wenn es bereits zu spät ist. Warnzeichen gibt es genug, diese fallen aber durchweg der verfehlten Dauerdebatte über die Sterbezahlen zum Opfer. Vielleicht ist gerade das aktuelle große Unwetter-Tief Bernd mit seinen verheerenden Auswirkungen ein Warnzeichen, damit wir aus der völligen Themenfixierung wieder in die Gesamtrealität unserer Lebenswirklichkeit zurückfinden. Seien wir verantwortlich füreinander, auch in der kontroversen Diskussion miteinander, wofür uns die hier besprochene Gesprächsszene meines Erachtens ein denkbar schlechtes Beispiel liefert. Mit diesem Appell möchte ich schließen und hoffe, Euch zum Nachdenken und zu eigener Recherche und Diskussion angeregt zu haben. Eure eigenen Erkenntnisse und Folgerungen sind wertvoller als Vorgaben und Einschätzungen von meiner Seite, deshalb gibt es auch zu diesem Video wieder das Material als PDF-Dokument zum Download in meinem Telegram-Kanal. Wenn Euch dieses Video und meine Arbeit gefallen, gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal, und tretet der Telegram-Gruppe Real Hero bei, um künftig über weitere Updates und Videos informiert zu werden. Die bisher auch in diesem Kanal veröffentlichten französischen Videos werden künftig in einem separaten eigenen Kanal erscheinen und damit das Videoaufkommen in diesem Kanal entlastet werden. Ich danke für Eure Aufmerksamkeit und Eure Geduld und sage Tschüss!